Trendmetropole Berlin. Heute wird der New Faces Award verliehen. Auf dem roten Teppich entdecken wir die Wienerin Nora von Waldstetten. Ob sie eine Chance hat beim wichtigsten Preis für deutschsprachige Schauspieltalente? Es wimmelt von Promis, denn der rote Panther, der von der Zeitschrift die Bunte verliehen wird, gilt als das Sprungbrett ins Showgeschäft. Namen wählt denn alles richtig? Wir haben Styling-Experten Armin Moosbach nach dem perfekten Outfit gefragt. Klingt einfach, ist es aber nicht, weil es verliebt in Berlin-Star Felicitas Wol. Der Preis für die Filmwelt ist, weiß Produzentenlegende Arthur Brauner. Aber hat auch Newcomerin Nora von Waldstetten heute Abend Glück? Pulsschlag 200, als Achim Rohde die Sieger verkündet. Eine 20-jährige Wienerin bekommt für ihre Darstellung in einem Tadort-Krimi als eiskalte Internatsschülerin den Roten Panther.